Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu deinem Mal mit der Lissi. Hallo ihr Lieben. Und warte mal eben, bevor wir weitergehen. Ja, ja, ja. Wir können wieder hier unser Questbuch machen. Achso, das stimmt. Unsere Kampagnenbelohnung einfordern. Ah, Lissi, du bist gut. Ja, ich denke da jetzt wenigstens dran. Ja. Das ist wenigstens etwas, was ich kann. Weissagungskugel zusammensetzen, verfügbar. Äh, beginnen. Beginnen. Oh Gott. Dauert zehn Sekunden, okay. Dann können wir eben warten. Da können wir eben warten, ja. Wir sind bei 57 Prozent Fortschritt. So, fertig. Yay. Oh, was? Was muss ich denn da? Das ist nicht erfüllt. Anforderung nicht erfüllt. Abstufe 20 verfügbar. Ah, alles klar. Okay, aber wenigstens sind wir schon mal so weit. Genau, ich gehe mal kurz im Keller hier. Ist da irgendwas? Ich gucke mal, da ist nichts. Ui. Hier leuchtet es so gülden wie eine Truhe in Fortnite. Da ist auch nichts. Ne, schade. Warum ist das da? Was soll das? Das ist einfach nur ein Gewölbe. Ja, aber, aber, aber. Ja, hat keinen Sinn. Hast du deinen Hans-Hund hier nicht auf Ausbildung geschickt? Nee, auch kann ich machen, ja. Kann ich machen. Dogmeet. Tschüss. Mach's gut, mein Kleiner. Okay. Ach, wir gehen direkt in die Enclave zurück. Okay. Oh. Dann gehen wir. Na gut. Gehen wir. Ich habe so viele Stiche und Bisse. Lass es jetzt Mücken gewesen sein, bitte. Ja. Habe ich wieder Post? Das leuchtet so. Nur noch mein Montes Albaner. Wir können auch was verpassen, okay. Wir können auch was verprassen? Verfassen. Achso. Hui. Nance, wir kommen. Ach genau, wir können, können Sibylla auch noch die Kugel geben. Ja. Machen wir das zwar erst mal, ja. Steht da zumindest. Na gut. Sibylle war hier oben, oder war ein Einhorn? Im Gewölbe war sie, ja. Hier ist schon mal vorgestürmt, dass hier jetzt Gewölbe, Hauptkommen oder Gewölbe, renterlos. Und natürlich ist er auch schon drin im Gewölbe. Natürlich. So, ich warte mit Reden auf dich. Ich laufe mit links und trinke mit der anderen Hand. Okay, wir können. Okay, dann 3, 2, 1. Also, die Zukunft zusammensetzen, abgeschlossen. Yay. Achso, bla bla bla. War es noch nicht? Ah nein, ich bin schon wieder voll. Äh. Oder? Nee, doch nicht. Es geht. Alles klar. Okay. Dann kann, dann verkaufe ich immer eben was, wo das, äh, geht gar nicht. Schätze verkaufen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. So, das kannst du haben. Ein kleines Mal der Potenz habe ich. Uh. Hm. Kann ich das aus, äh, nee, nicht verkaufen? Verdammt. Was ist das? Das kannst du haben. Ach, man kann die Schatzladen echt verkaufen für 8 Kupfer. Es ist nicht viel, ne? Aber bevor ich da... Eben. Da auch noch was mit Schlüssel... Ja, also, nicht drüber aufregen, aber ganz ehrlich, für Kohle hole ich mir jetzt nicht irgendwie so Supersachen. Nee. Das ist genau das, was ich nämlich dabei nicht mag, bei solchen Spielen. Ganz genau. Ganz genau. Ich hatte da noch irgendwas davon. Veredelungstruhen? Nein, das war's nicht. Schatzlade des glorreichen Wiederauflebens. Genau. Auf weg. Den kann ich gleich loslassen, wie? Lass ihn los, ne? Let it go! Oh Gott. Nein! Warte mal, ich muss eben ganz kurz nochmal... was wechseln, und zwar das hier. Den nicht so was sie bekommen. Ach, Stufe 19 erstens muss es so lange damit rumrennen, wie doof das was denn? Das ist sehr doof. Hat ich nicht eben irgendwas bekommen? Bist du schon verkauft? Wahrscheinlich. Na, gut, da gehen wir mal zu Knoxie. Moment. Wui! Bist du mal eben Knallerist? So gepumpt. Ja, unbedingt. Nein, Lizzie kubst nicht. Das könnte ich verkaufen. Ich bin bei Noxie Boy. Ja, ja. Ich komme gleich. Ich will eben nochmal drei Sachen verkaufen. Okay. Aber nur drei. Was will ich das sagen? Warte. Ich gucke mir das an, Lizzie. Na ja, ich bin am besten glaubt. Nee, Neverwinter gucke ich tatsächlich nicht. Kleine ist meine Potenz. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ach, veregeln kann man damit. Geil. Okay, ich warte immer noch bei Nox. Ja, ja, ich habe auch wirklich nur drei Sachen verkauft. Was können die anderen bestätigen? Bitte bestätige das in einem Kommentar unter meinem Video, mach eh keiner. Unter deinem Video? Unter meinem? Kannst du gucken gehen. Kommentare wirst du ja wohl lesen können von meinen Videos. Nein, das geht nicht. Sie sind gesperrt. Ah ja. Ich bin auf deinem Kanal gesperrt. Hm, genau. Wegen der totigen, äh, ähm, Kommentare. Ja, mein, mein Eulenbär hat gerade gezittert. Was ist schon wieder? Was macht der denn? Und der schielt. So kommst du mal. Er macht Schuchu halt. Ach so. So, ich bin da. Okay. Dann drei, zwei, eins. Die Protektors Enclave braucht eure Hilfe. Pestausbruch abgeschossen. Ich habe die Pestexplosion von hier beobachten können. Aber ich hätte es voraussehen müssen. Möge Torm uns beschützen. Mit wer? Er scheint ja ein wahres Talent dafür zu haben, gegen alle Widerstände anzukommen. Das sollte von Nutzen sein, wenn wir uns Resort vorknöpfen. Alles klar. Questsausch. Den hätten wir so schön bekämpfen können. Ja, Level 18. Oh. Der Pest-Turm. Um eine tägliche Kraft zu erwerben, oder erneuert zu weisen. Ich habe nur den Pest-Turm, ja. Oh, ich habe noch zwei andere. Okay, danke. Was? Dann machen wir nur den Pest-Turm. Okay, drei, zwei, eins. Viele von der Zauberpest Befallene hatten sich an den Magier Resort gewandt, der ihnen in seinem Turm des Trostes Heilung versprach. Stattdessen hat er sie für irgendein dunkles Ritual ausgenutzt. Dass es dabei zu einer Pest-Explosion gekommen ist und so ein Teil der Stadt zerstört wurde, war sicher nur ein Nebeneffekt. Selbst jetzt noch arbeitet Resort daran, das Ritual abzuschließen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, nicht nur zum Wohle der Stadt, sondern auch in Erinnerung an die betrogenen und getöteten Seelen. Okay, machen wir. Alles klar, machen wir. So, die anderen nehmen wir dann an, wenn du auch kannst. Boah, er nun wieder. Ach, denn Knatzelfritz ist auch da. Ja, der kann aber schon wieder zur Ausbildung, warte, so, erstmal leveln. Du kannst ja auch jetzt mal in Ruhe gucken. Du hast ja auch noch nicht ganz gelevelt, ne? Guck doch mal. Ne, mir fehlt irgendwie was mit diesem, mit diesem, äh, keine Ahnung. Hä, nein. Hä, was? Das nicht. Das war's auch nicht. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Was gibt's denn hier alles für irgendeine Sachen? So. So. Okay. So. Ich wäre so weit. Ich nicht wirklich, aber... Ach so. Äh, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Also nicht wundern. Das geht irgendwie nicht, keine Ahnung. Ach so, ich kann eine Knatzelfritz nochmal losschicken. Beginne deine Ausbildung. Ach so geht das dann. Ah, aber ich verstehe es trotzdem nicht wirklich, aber egal. Da kann ich noch nichts machen. Was kann ich damit machen? Was tust du? Nichts. Ach so, ich kann ja noch hier eine Aufgabe, Berufsplätze. Äh, Sommerverfügung kann ich noch nichts machen. Da, gewöhnlich. Weiter. Aufgabe beginne. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mach irgendwas. Es tut mir leid. Es ist echt so komplex, dieses Spiel. Oh, doch, mit ist auch wieder da. Ich seh's gerade. Ob mit ist da. Ähm. Ne, den kann ich noch nicht wieder losschicken. Warum kann ich noch nicht wieder losschicken? Scheiße. Schade. Schade. So, jetzt wollte ich hier nochmal die Bäume, Vorbildbäume gucken. Aber das ist, glaube ich, das, was ich als nächstes wähle. Also, es ist nicht relevant. Alles klar. Wir können, äh, weiter. Okay. Dann, äh, gehen wir jetzt zum Pestturm. Pestturm war da. Dann müsste ich das mit mir auswählen. Alles klar. Gut. Dahin, wo wir eben waren. Mhm. Durch die Fiedlergasse. Die Fiedlergasse. Oh, hier fiedelt gar keiner. Eine kleine Straße in Österreich, irgendwo in Wien oder so. Aber, aber, hier fiedelt gar keiner. Nein, da machst du das doch. Ich hab keine Fiedelgasse. Äh, Pestturm, ne? Ja, ja, aber ich glaube, du wirst automatisch mitgenommen. Ja, ich hab keine Frage. Äh, warum kann ich denn noch mich nicht wegschicken? Warte, dann guck dir jetzt mal das Video an. Ich hab nichts Video. Ich hab ein Video. Ich hab kein Video. Verdammte Axt. Verdammte Axt, sagt Feldweb Nox. Warum hast du ein Video und ich nicht? Hast du irgendwas gedrückt? Ich hab gar nichts gedrückt. Ach so. Dann weiß ich das auch nicht. Nox ist hier da. Ja, dann gehen wir mit Nox. Eins, zwei, drei. In Ordnung, Leute. Wir werden das Gebiet sichern. Und nur danach werden wir den Turm betreten. Rezard weiß sicherlich, dass wir kommen. Und ich möchte keine bösen Überraschungen. In Ordnung. Das wird zu lange dauern. Er weiß, dass wir kommen. Aber ich werde den Bastard, der meine Dorothea auf dem Gewissen hat, nicht entkommen lassen. Ich werde einen anderen Weg ins Innere finden. Linkletter wartet. Wartet doch. Linkletter, bleibt bei der Gruppe. Bei den Neuen Höllen. Er ist verdammt nochmal verschwunden. Okay, wir gehen rein. Alle Mann, folgt mir. Ich bin bereit. Gehen wir. Genau. Für die Horde. Da ist er doch eben noch gewesen. Wir sollen ihm nicht hinterherlaufen. Wir sollen ihn eingehen. Wir sollen ausrücken. Ausrücken, Lizzie. Was? Auf einem Rücken soll ich oder was? Ja, sie sollt auf meinen Rücken. Oh, Stufe 18. Yay. Yay. Erzählt ihr mir irgendwas, was ich tun war, oder? In Stufe 18. Keine Ahnung. Was man mit 18 alles machen kann, oder? Ja, alles gut. Drüben. So, kann ich jetzt mal in Ruhe looten hier? Hat der aufgehört zu erzählen? Ja, ja, ich habe aber auch nicht verstanden, was der mir gesagt hat. Ach so. Aua. 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 Loot. Loot tut gut. So, dann reden wir nochmal mit Noxy. Warte. Okay. Okay. Drei, zwei, eins. Wir haben diese hier zwar erwischt, aber es gibt da draußen noch mehr Kreaturen. Wir dürfen sie nicht in die Stadt entkommen lassen, aber wir dürfen Linkletter auch nicht da drin seinem Schicksal überlassen. Es fällt mir aufrichtig schwer, aber ihr müsst euch zuerst in den Turm begeben und Linkletter finden. Er ist alt. Wir werden hinterher kommen, sobald wir das Gebiet gesichert haben. Erst danach werden wir uns Resart vornehmen. Viel Glück. Bei mir steht, es fällt mir aufrichtig schwer, Savkas. Was? Der redet nur mit mir. Der redet nur mit Männer. Boah. Stroh wie Schwein, ey. Das ist wirklich. Gibt es hier irgendwas? Hier an der Seite? Gibt es hier Seide? Oh, das ist eine Truhe. Aber da kommen wir nicht ran? Doch. Ist da was drin? Wir nehmen nur Schaden. Warte, hier ist doch unterdrücken mit Arcana. Ach so, ja, mach das mal bitte. Ja. Danke. Bitte. Alles nehmen. Ja. Guck mal, was ich alles so kann. Doch, ich komm da runter. Komm da runter. Böser Hund. Okay, Pestturm betreten. Ja. Ab in den Turm der Pest. Das war jetzt vorher der Turm des Trostes, oder wie? Ja, ja. Das ist jetzt der Pestturm. Ah, hier ist ein Feuer. Easy, komm, wir singen Lagerfeuerlieder. Da ist ein Händler, das ist gut. Lagerfeuerlieder. Okay, mach mal. Das ist ein blödes Lagerfeuerlied. Da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Er kauft nur bei... Was ist das denn? Berufsressourcen? What? What? Ich kann die verkaufen? Was? Ich bin jetzt irritiert. Ich verkaufe mal ganz in Ruhe, ne? Trickserschurke. Trickserschurke. Du alter Trickserschurke. Glaubenskleriker. Wie nennst du mich? Du bist ein Schurke. Ich schufe dich. Ja. Schmeiß die Purschen zum Boden. So, sag mal, wenn du bereit bist, sag mal Bescheid bist, sag mal bereit, wenn du Bescheid bist, und dann gehen wir mal hier. Hier müssen wir nämlich nicht hin. Ja, okay. Okay, wir gehen zu den Wichten. Ja. Wir gehen Wichteln. Ich habe einen Stuhl um dich mit. Tut mir leid. Ich bin voll der Rebell. Ich bin voll der Rowdy. Oh, hier gibt es nämlich was. Arkad hier. Okay. Warum wohl Reste? Geil. Kannst du mir was nähen? Ja. Ein Flickenteppich. Nee, den möchte ich nicht. Meine Seele ist schon so ein Flickenteppich. Oh nein. Du armer. Ja. Hier ist Licht. Hui. Kommt, ihr Wichte. Kommt, ihr Wichte. Wo bist denn du? Na oben. Ach, da geht's hoch. Ach so. Ja, klar geht's hoch. Das musst du nicht. Du musst dreidimensional denken. Das kann ich nicht. Ich kann immer nur eindimensional denken. Es geht ja schon wieder Dinosaurier los, ihr. Ja. Da ist nüscht. Wir müssen wieder Ark spielen. Oh ja. Nein. Das darfst du niemals zu laut sagen. Das weißt du nicht. Würfel auf unidentifizierter Gegenstand. Oh, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab ja gar nichts gemacht. Du hast automatisch gewürfelt. Hier können wir Statuen verschieben. Ich verschiebe mal den Statuen. Was hab ich denn gewonnen? Was kriege ich denn? Irgendeinen blauen, unidentifizierten Gegenstand. Ja. Wie müssen wir die denn drehen? Ein Rätsel. Aber bis das leuchtet da unten, ne? Weiß ich nicht. Der in der Mitte leuchtet. Der auch? Jetzt leuchtet der rechte. Obwohl ich den linken... Ah. Ich hab das Rätsel gelöst. Ja, ja. Ich hab den rechten wohl auch noch gedreht, ne? Ja, ja. Ja, ja. Erzähl du mal. Kann jeder sagen. Hey, ich hab was gewonnen. Oh, schön. Oh, was ist das? Geheimtür öffnen. Noch eine Geheimtür im Geheimraum. Geil. Ein Rückstand. Ach, hier sind wir. Ach, hier ist Zimmer. Guck mal an. So klein ist die Weltbahn. Weiß schon. Seuchen berührt haben. Halt zurück! Es ist eine Falle! Es ist eine Falle! Es ist keine Falle, Joseph. Es ist auch kein Video. Es ist ein Experiment. Ich hab ein Video. Jetzt tötet eure Freunde, während ich meine eigene Umwandlung vorbereite. Ich wusste es. Ich weiß schon, warum die Elfen nicht mag. Aber du hattest doch ein Video, ne? Jetzt hab ich auch ein Video, ja. Okay. Tschüss, Linker. Ich wusste doch, dass der abkackt. Ich wusste nur nicht wie. Was jetzt? Da steht einer hinter dir. Der Gegner. Ja. Der beißt sich in den Nacken ganz fertig. Äh, was jetzt? Ah! Nee, wir haben Joseph gerade getötet, du Haus. Von wegen, sie ist tot. Ja, aber Joseph ist jetzt tot. Drei, zwei, eins. Macht euch um mich keine Sorgen. Ihr müsst Joseph finden. Er ist in die alten Schmugglertunnel gefallen, in dem Rizat seine misslungenen Experimente aufbewahrt. Haltet bitte Joseph auf, bevor Rizat ihn zu etwas Schrecklichem veranlasst. Weiter. Aber das heißt doch, dass er da sicher ist. Wir sollten lieber Rizat ihn daher, oder? Nein. Wir müssen zu Joseph. Nein, natürlich nicht. Jibbi. Wir machen das Komplizierte. Nein, da war ein Loot da oben. Halt. Da war ein Loot da oben. Oh. Wie grausam kann ein Spiel sein. Ich bin am Loot vorbeigeflogen. Jibbi. Ich will mal kurz ein L-A-G-E-R-F-E-Lied singen. Dann fang du an. L-A-G-E-R-F-E-U-L. L-A-G-E-R-F-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E Gibt mir ein O. Gibt mir ein Pfauz. Pfauz. Was macht das? Kopfz. Ich hab nicht zugehört. Ja toll, danke. Lieber toll. Ey, du Wicht. So, wir würfen wieder auf blaue Gegenstände. Yeah, ich hab gewonnen mit 43. Achso, die kannst du gerne haben. Du hast doch eben auch einen blauen. Ich identifiziere den mal. Ich weiß nicht mal, was ich gekriegt habe. Ja, im Inventar. Hast du einen blauen, unidentifizierten Gegenstände? Einen blauen, unidentifizierten. Ich hab einen, ja. Der ist sowieso für einen Waldläufer. Also gar nicht für mich gedacht. Achso. Achso. Bin gleich schon wieder voll. Lissi, du bist so voll. Hast du schon wieder volllaufen? Nein. Jack Daniels on the rocks. Ich hab keine Ahnung, trinkt man das so? Ich weiß. Boah. Jack Daniels. Ich kenne Wodka oder so. Wodka. 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 Nicht da rein, Lissi. Ich geh da nicht rein, da war halt ein Lut. Nicht da rein, Lissi. Und du weißt, was ich tun muss, wenn ich Lissi nicht da reingehe. So. Das soll's gewesen sein. Bedankt mich sehr fürs Zusehen. Ja, bitte bleib bei Ihnen. Du bist der Schatten in meinem Rücken. Der Schatten in deinem Rücken, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Du bist zum nächsten Mal. Bein Lerber runter mit dir, Lissi. Macht's gut. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss.